Hallo Leute und herzlich Willkommen zu dieser HiS2WiBeGames Aufnahme. Mit dabei ist Ivan. Hallo schon. Hallo schon. Und wir starten einfach mal gleich. MLG Pusher ist hier drin. Das ist der aus der gerade, gerade eben aus der Runde. Soweit ich weiß. Willst du? Da. Ähm, ja. Kommst du mit? Wir laufen einfach in die Richtung hier. Hast du denn schwer? Ähm, ne. Aber jetzt. Ne, da nicht. Wir laufen einfach mal. Ich spring hier rüber. Oh. Was mach ich denn? Zack. Damit waren Skills sind weg. Am Start. Ich hab'n Bogen. 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 Ja, Mann. Ich hab'n Schwert. Ach, ich hab'n Bogen. So, wo bist du jetzt? Hingerannt? Durchgerannt. Ja, ja, ja. Seh'n Bogen. Schock bekämpfen. So. So, jetzt ist auch noch keiner. Wir probieren die Runde einfach mit Ansage zu gewinnen, ey. Dafür müssen wir, wenn wir beide ein Schwert haben, direkt schnell zu hingehen. Ich hab'n Schwert. Wenn wir beide ein Schwert haben. Oh. Erst mal, wenn wir mal in die Häuser hier reingucken. Erstmal hier links in das Großort, das sieht vielversprechend aus. Hier ist auch noch ne Truhe. Ab TNT. Hier ist ganz viel Heu. Oder Stroh. Kein Blatt. Hast du noch mehr? Ich hab'n Bogen oben auf dem Dachboden. Okay. Komm, nur mit Jamin' Grand Skills raus. Ich hab'n Schwert. Oh, scheiße, Mann. Da bin ich sogar hochgekommen, glaub' ich. Okay. Irgendwo da bin ich hochgekommen. Ich hab'n Schwert. Oh, da ist auch noch ne Kiste. Jetzt find' ich mich auch. Cool. Okay. Ich bin schon mal unten draußen, ne? Schau'n schon mal. Ja, sehr gut. Bisschen rum. Ich komm'n die Treppe runtergesprungen. Runtergelaufen, ja. Wo bist du? Ich hab'n Steinschwert gerade gefunden. Du bist ja heftig. Ich sag, wo bist du? Ich hab'n Steinschwert gefunden. Okay. Ja, es stimmt ja. Hier ist dieser Marktplatz. Da werden 100% weh sein. Yo. Ich bin aber nicht hinter dir. Da ist einer. Ja, und wo bist du jetzt hingerannt? Ähm, schräg rechts. Ach, da unten bist du ja, ja, ja. Hinter dir oben sind zwei. Warte, hier oben ist ne Truhe. Hier sind ganz viele. Ja, Mann. Hier ist noch nichts gelootet. Ein Dreierteam. Ja, komm' runter. Die sind alle richtig bad equipped. Komm' hoch. Ja, warte, ich komm' hoch. Warte, 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 warte. Ja, ich warte auf dich. Komm, Eugen. Und dieser... Okay, da unten sind sie. Ich bin weiter hinter dir noch, ne? Wir, ja. Wir müssen die jetzt klatschen, weil... Ja, der eine ist auf jeden Fall richtig bad equipped, ne? Wieso beide sind bad equipped? Aber das schaffen wir trotzdem. EZ. Boos nicht. Warte, okay. Nice. Geil, der zwei Kills. Links kommt auch noch einer. Das... Reicht ihm schon mal? Hab ihn. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Hey, er lag bei mir. Hab ihn auch. Nice. Ich hab jeden Kill gekriegt. Nice. Hinter uns kommt noch einer. Warte, erst mal ganz kurz. Erst mal kurz. Okay, rüber da. Wo ist die kämpfen? Der hat gekämpft. Der hat eine Eisenbusplatte. Komm her. Ich komme. Ich bin auch weiter hinter dir ein bisschen. Wir müssen weiter hinterher den Arsch. Trabin. Wie easy, Alter. Wie easy, Alter. Ach so, der hast du schon. Ähm. Alter, ey. So. Die waren zwar alle nicht gut equipped, das haben wir gut gemacht. Ich hab Eisenswert. Nice. Also der war bombenspitzen mäßig gekriegt. Jungen? Okay. So. Alles easy. Okay, ich entferne dich mal kurz vom Tracker. Oh. Zeig uns, wie die nächsten Gegner sind. Das sind schon wieder die alle, ne? Das wird wieder ein großes Team sein. Weil alle, die den gleichen Skin haben. Wie viele Kills hast du jetzt angezeigt? Äh, fünf. Fünf. Und du? Null. Ich hab jeden Kill gekriegt. Das fand ich gerade so witzig. Ah. Aber wir haben sie als Team erledigt. Da sind sie. Das sind zwei Leute, die ich gerade bekämpfen. Ach. Wie wieder. Hab ich ja ganz mal draufgeschlagen. Das ist das Witzige. Der ist auch richtig low. Den musst du auch bekommen. Du hast mich. Nee, ich bin in dir. Das ist der Minecraft Bug. Du siehst... Uh, das ist auch okay. Hier, das ist der Minecraft Bug. Du denkst... Ja, ich kenn ihn. So. Ähm. Okay, even. Hast du noch ein Eisen? Ja. Ich hab aber eine sozusagen Eisenschwert. Ich hab eine Dingsaxe. Ich mach mir jetzt ein FNS. Hier, ich hab mir da jetzt ein... Einfach ein FNS gemacht. Alter, ne? Die Runde ist richtig nice. Mhm. Wie viele Users hat das auf Gombe? Nicht nur fünf, wie auf Hive, ne? Hä? Was? Das ist FNS. Achso, ja. Mehrere. Weil auf Hive kann man nur fünfmal benutzen. Was machst du denn? Ich möchte hier Feuer machen. Ich find das super. So. Okay, wir suchen den nächsten. Nur, dass du Steff mit stattdessen. Du hast erstmal ein bisschen... chillen. Damit wir wenigstens sehen, wie er er guckt ist. Komm her, komm her. Wir rauchen jetzt so ne... ne Karotte. Warte, stopp, warte. Oh Mensch, lass mich doch liegen. So. Wir wollen die rauchen. Wow. Okay, weiter. Das war jetzt so wichtig. Da ist ein Feld. Ich bin Farmer. Ich bin da Farmer. Born auf dem Land und mehr Kühe. Wer kennst du bitte nicht? Eine super Ernte. Dieses hier. Oh. Okay, beide schlechten Ping. Ne Tuba und ne Forba. Wow. Ich werde sterben. 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 Nicht dein Ernst, Alter. Was ist denn? GG. Aber ich bin tot. Ja, was soll ich machen? Ja, was soll ich machen? Mich retten. Ich habe die ganze... Mich doch alles gut. Ich bin ja angeschlagen. Aldai. Bad game, schreibt ja. Bad game, ja. Ist so, ist egal. Dann sollen wir in Teams gehen. War noch eine geile Runde. Ja, ist so. Ey, was hast du? Wie viele Kills hattest du? Sechs. Ich hatte zwei. Nein, ich hatte insgesamt acht Teamkills. Und ich würde sagen, Leute, dieser Runde kann man es auf jeden Fall beenden. Iven hat sechs Kills. Ich habe zwei Kills. Wir haben als Team gewonnen. Auch wenn Iven noch am Ende unglücklich gestorben ist. Kann man nicht machen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.